This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Wir wollen zeigen, was die Projekte leisten können und wie wir Kinder erreichen. Also wie wir dafür sorgen, dass Kids in Hamburg mehr ihre eigene Kraft entwickeln, ihr Selbstbewusstsein entwickeln können und dahin kommen, wo sie hinwollen, ihr eigenes Potenzial so entfalten, wie es ihnen entspricht. Wir schreiben Bücher, das heißt wir schreiben mit einer ganzen Schulklasse, mit Hilfe eines professionellen Autors ein Buch. Wir sorgen dafür, dass Unternehmergeist an die Schule kommt, das heißt die Kinder lernen selber einen Businessplan zu schreiben und ihnen umzusetzen und wir sorgen dafür, dass Aggressionsabbau über das Thema Fußball geschieht. Wir hoffen, dass uns deutlich mehr Leute kennenlernen und dass sie die Kinder in Aktion sehen. Es geht ja nicht um uns, sondern es geht darum, was die Stiftung tut, dass wir die Kinder in Aktion zeigen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können. Wir sorgen, dass sie die Kinder in Aktion sehen können.